Hallöchen und Willkommen hier zu Grand Theft Auto Online, einem kleinen Let's Play vom Leben Free and Pay. Ich bin der Lucadora und er hat Cops. Ganz viele Cops und ich nicht. Wie kommen die Cops hier oben hin, Alter? Auf dem Mount Schillert. Was ist hier los? Es gibt einen offiziellen Weg nach hier oben. Den fahren die ja auch. Ja. Mit 30 Polizeiautos. Ja. Ich komme auch meinetwegen mit Panzern hier hoch. So, wir haben dabei den DomiDom12. Der ist besser bekannt als Nicktchen. Falls einige bekannte Habo-Spieler hier zuschauen. Dann haben wir den BO2-Gamer. Das ist Punkt Marvin Punkt. Kennt ihr bestimmt auch. Craiger94 für die ganz alteingesessenen BlackManXD. Ah. Er war... Oh ja, genau. Er ist in einem meiner Fragten Luca-Freunde. Oh. Ja, das ist lustig. Und ich bin der Lucadora, den blöden Idioten. Den kennt doch jeder. So. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ich würde sagen, da können wir loslegen. I'm making an exit. Möchte wer mitkommen? Ja. Irgendwie habe ich gerade das Bedürfnis. Mache gerade ein Exit. Oh. Einsteigen. Oh fuck, oh fuck. Warte. So, wir haben das... Aua. Oh, das tat weh. Yo, bin drinne. Yo, ich lau. Yo, ich lau. Luca, du kommst nicht... Du kommst nicht rein. Tschüss. Lebensversicherung oder was? Ja, lassen wir den einfach mal da stehen. Ja. Hast du Cops? Ne. Ja, dann ist er gut. Oh. Oh. Yo, ich bin down. Läuft. Läuft. Läuft bei dir. Ja, fängt gut an. Ähm. Scheiße. Äh. Also wir werden jetzt... Ähm. Ich habe eine Challenge vorbereitet. Fangen wir mal so an. Und da fliege ich euch jetzt gerade mal hin. Und dann hole ich Luca eventuell nochmal ab. Eventuell. Ihr könnt mich auch einfach einladen. Machen wir das DM zuerst oder das Rennen? Ich wäre ja... Ja, ein Rennen, ne? Ein schönes Rennen. Ein volles Rennen. Ein Rennen. Lass uns doch mal im Pussy-Modus beginnen. Ja. Ja. Mhm. 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 So, ich sollte die Cops vielleicht mal verlieren. So. Oh, wir qualmen ja ein bisschen. Oh, ein bisschen. Wie kommt das denn? Äh. Ich hoffe mal, ich werde die Cops bis dahin los. Alter. Scheiße. Entschuldigung, du bist wegen dem qualmenden Helikopter. Ich hatte zitternde Finger, als ihr in der Luft wart. Äh. Stürzen wir gerade ab? Nö. Oder? Ach, wir sehen das einfach mal positiv. Wir verlieren auf jeden Fall an Höhe. Ach, wir sehen das positiv. Nein, nein. Das ist kein Absturz. Mhm. Wir sind ja noch hoch genug, also. Aber da kommt ein Berg. Oh. Um es mal in der Sprache eines Kumpels zu sagen. Mensch, Micha, was ist denn los mit dir? Lass doch einen Sicherheitsgrund weg. Wir sterben wie Männer. Alter. Dein Kumpel aka Jürgen? Nee. Nee, den kennst du nicht. Den aber sonst weiß ich nicht. Schöne Grüße raus an den Jürgen Opera, falls der gerade zuschaut. Jür, Jür, Jürgen. Ja, der schaut so auf jeden Fall, Alter. Aber Jürgen hätte das auch gesagt. Jürgen, Jürgen, der nimmt sich McDonalds Tablets und benutzt die zum Driften auf Parkplätzen. Was geht mit Jürgen, Alter? Das muss nur noch aufgenommen werden und dann kommt das... Oh, 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 oh. Wir verlieren an Höhe. Ja? Ja? Was? So. Ach, Mensch, Dummelik ist ja bei mir. Ja. So, hier habe ich das rein platziert. Seht ihr das? Ihr könnt es nicht sehen, glaube ich, ne? Nein, nur wenn sie die Mission runtergeladen haben, ohne du reingehst. Gut. Sobald du drin bist, sehen wir das auf der Karte. Yay. Ihr müsst das verstehen. Der liebe Free El Pay ist ein totaler Anfänger im GTA. Das ist wohl wahr. Level 19. So, Hosten. Und... Habt ein bisschen Mitleid. Einstellung bestätigen. Lad mich ein. So, Crewmitglieder. Eingeladen. Nein, einfach auf Xbox Live Party drücken. Ballert. Ballert, Bruder. So, ihr seid eingeladen, ne? Ja. Jetzt müsstest du das nur noch runterladen. Dann geht er los. Ich trete bei. Ich bin auch dabei. Du wirst mir runtergeladen. Sehr geil. So. Ich bin schon gespannt drauf. Ja. Äh, ich auch. Sunlight Crew Rennen. Ein ausnahmsweise wirklich sehr gut gewählter Name. Weiß ich. Weiß ich. Die Beschreibung ist jetzt nicht so, weil da steht ja einfach nur Raute 1, aber sonst ist das richtig gut. Das nennt man Hashtag, ja? Du musst mal mehr auf Twitter sein, Alter. Hashtag. Aber ich will. Hashtag. So. Ich nehme einen Adder in pink. Das läuft bei mir. Und. So. Jetzt muss ich Adder fahren. Du musst nicht Adder fahren. Weil Marvin zittrige Finger mit seiner Bombe hatte. Oh nein, Alter, bitte nicht GTA Modus. Doch. Oh nein. Ach nö, komm. Was? Es gibt auf dieser Strecke so viele Scheißwaffen. Wer schießt hat kleine Eier. Ganz auf den Finger, Alter. Ja. Muss. Wie er gleich lacht, Alter. Wie er gleich lacht. Ja, ich wollte ja nicht sagen jetzt, ähm, ne, weiß ich nicht. Ja, Mann. Ja, dass der Marvin wieder erster ist, wie in jedem GTA-Renn, war ja irgendwie zu erwarten. Oh, was geht denn? Oh, was geht denn? Oh, was geht denn? Oh, das ist geil. Oh, das ist so scheiße geil. Oh, man kann doch echt übertreiben. Ich schwör, Alter. Ich wollte ne Chilligen anfangen. Ich hatte so Spaß, das zu bauen. Ey, das ist doch scheiße, Mann. Hahaha. Der Marvin. Immer wieder schön mit Herrn Jupprich. Ja. Ist geil. So, kommt da vorne die Fässer her. Oh, verdammt. Oh. Nein, Checkpoint verpasst. Ja. Oh, diese Stelle. Nicht ohne euch mitzunehmen. Diese Stelle ist so mies, Alter. Ohne Scheiß. Oh. 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 Ich bin auf dem dritten. Oh, wieder dritter. Leid. Ach ja. Ich hab mal gar nicht gesagt, wer ich bin. Ich bin Pinter, aber in 1, 2, 3. Oder auch Luca Dora. Ja. Ja, dass ich Luca Dora bin, hab ich schon mal gesagt. Ach so, meinst du das? Oh, mei. Ich hab gar nicht gesagt, welchen Öl ich trage. Alter. Pfff. Ich mag dieses Rennen ohne Scheiß. Ah, ihr Pisser. Nein, du Pisser. Einmal gleich alle beleidigen. Das kommt immer ganz gut. Ja. Also wie ihr seht, ich kann jetzt endlich mit der Xbox aufnehmen. Das ist alles ganz schön. Ganz teuer. Trotzdem ganz schön. Innerhalb einer Woche einfach mal so nebenbei. Ein Mainboard, eine Xbox, eine HD PVR. Gönnt man sich. Und GTA 5 muss natürlich auch mit ran. Gönnt man sich, Alter. Gönnt man sich. Aber dem Luca Dora noch 20 Euro Schuld. Sei froh, dass du dabei sein darfst, ja? Sei mal froh, ja? Schreibt mal in die Kommentare, dann sollen wir meine Schulden bezahlen. Genau. Ja. Ich hör die Kommentare bei diesem Video aus, so. Ohhhh. Alter. Hier driftet man so arg auf diesen... Der Kommentare ausmacht, hat kleine Eier. Sagt der Richtige irgendwie. Die hat doch jeder kleine Eier, oder? Irgendwie ja. Marvin hat kleine Eier. Dann schieß's all. Dann schieß's all. Ach man. Na hoi, was geht denn hier? Was geht denn hier? Über den Berg, oder was? Ja, über den Berg. Oh, 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 oh. Das ist noch gar nichts gegen die Karten, die ich so erstellt habe, mein Freund. Ja, ich wollte ja sanft anfangen, weißt du? Ja. Ja. Ich sehe ein Ziel am Ende der Straße. Nein, natürlich den Berg hoch. Natürlich den Berg hoch. Wenn du einfach verpasst. Nein. Jetzt bin ich erster. Nein, ist das geil. Das ist jetzt der Berg hoch. Alter. alter. Ja, ich habe ihn noch einmal verschlagen. Oh, das ist ein Tier. 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 Oh. ich mache den nächsten abgang als er dritter kann ich schlecht du bist dritte post ist auf twitter was füße hoch gar nicht übersteuert oder so nein nein so gefällt mir gibt mir daumen nach oben der stadt der kann doch nicht besser laufen nie beendet mensch war wenn zeigt sich mit seiner besten seite ja ja das match ist auch erstellt das wird auch geil wir haben noch ein insel das match vor uns ne da freue ich mich auch schon irgendwie drauf selbst gebaut alles mit alles alles handgemacht wer das gewinnt hat keine eier warte mal nicht freier modus wir können noch einen machen zehn minuten haben wir gerade also was machen wir noch ein rennen oder aktualisieren aktualisieren klingt ja ganz gut ja das ist auch geil hat er auch recht zu spät nein das ist zu spät oder zu spät ich mach dich kranken aus ich mach dich krank ich mach dich ok na gut dieses rennen wurde von rockstar verifiziert ist wirklich eine sehr amüsante runde also jeder der gta online hat der sollte dies auch unbedingt mal spielen ist wirklich eine schöne runde ja ihr solltet übrigens jetzt mal ja eine meinung zu diesem rennen abgeben was wir eben gefahren haben ja das wäre wirklich ganz nett und unter ich weiß nicht hast du die subdomain schon eingerichtet mein guter nein unter crew.fls.de ach doch 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 ich habe die crew.realpay.de ah unter crew.realpay.de steht in der beschreibung steht in der beschreibung dort gibt es dann die möglichkeit unsere crew mission allesamt durchzublättern runterzuladen etc pp ja und da könnt ihr euch die mission die wir hier so spielen die von uns erstellt wurden auch selber spielen ach ja 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 unterladen und sich dann einen keks freuen und ja ja man ist das so ne schleicht schleicht naja kriecht ich habe ja vor vielleicht die musik wieder einzuschalten aber da müssen wir noch mehr reden und die musik noch ein bisschen leiser drehen damit ich keine ich habe neulich ein livestream gemacht und habe es dann auf youtube portiert und ich hatte nonstopp.fm an und ich hatte es wahrscheinlich ein bisschen zu laut und ich habe oder ich habe nicht genug geredet keine ahnung auf jeden fall ich habe keinen stripe bekommen aber es wurde nur in deutschland gesperrt äh warte dafür gibt es eine methode marvin gibst du mir den beat oh fuck ihr pisser baby i don't do night i don't get you out of my mind ja ist schon geil ich habe eine akustikversion davon das könnte man machen das könnte man machen es gibt jetzt es wird auch gesperrt wobei es gibt äh es gibt ein ts3 music bot haha ups wieso bin ich nicht immer noch auf dem fünften platz eigentlich weil wir so schön sind so schlau sind so schlank und krank oh gott ich sehe schon das wird sehr die hofer die veranstaltung unter unterhaltung vom feinsten hier wieder mit dem lukadorer wieder am start gönn dir, gönn dir, gönn dir, ja ja krieg ich bei mir ja ja er lädt videos bei mir hoch wir werden wie pizmeat äh so ähnlich gleich werbung gleich ein puffi verlangen ja ja das krieg ich dafür ich habe verträge mit dem was glaubst du denn seitdem ich bei mediacraft bin alter läuft bei mir ja ich brauche nur einmal hier was weiß ich ja das gibt es doch nicht bitte bitte ja ach jetzt alles läuft bei ihm im letzten moment du bist vierter du bist vierter du musst rauchen du musst rauchen ach rauch jetzt gefälligst jetzt die große frage der liebe crager94 hatte den neujahresfortsatz nicht mehr zu rauchen wie sieht es denn aus mein freund immer noch extra rücker echt hast du immer noch nicht echt boah qualmfrei seit 31 12 sieh 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 die folge ist vorbei die folge ist vorbei leute das waren schon 15 minuten alter das ging ganz schön schnell naja ähm ja krasse einleitung musikanlagen tanzanlagen nicht aber gesangseinlagen ähm baby wie gesagt alle wichtigen links in der infobox infobeschreibung info penis was auch immer daumen hoch für den blöden Luca genau abonnieren favorisieren liken folgt mir auf twitter und ähm ja da sind noch nacktbilder von mir äh was bitte bitte was alter bis zum nächsten mal tschüss tschüss tschüss